Ja, ich bin jetzt knapp zwei Jahre Leiter der Agentur in Nordhausen. Wir haben in diesen zwei Jahren etliche Monate erleben können, in denen es von Monat zu Monat mit der Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Wir konnten hier sehr gute Arbeitsmarktdaten präsentieren, bis uns dann Ende vergangenen Jahres die Weltwirtschaftskrise auch in der Region Nordthüringens traf. Trotzdem, und das war auch meine Einschätzung der letzten Monate, ist es der Region insgesamt gelungen, stabil zu bleiben. Ich habe vorzugsweise die Entwicklung und auch die Trends der letzten Monate mit einer Verstärkung von Stabilität beschrieben. Wir haben keinen starken oder dramatischen Abschwung auf dem Arbeitsmarkt erlebt. Wir haben aber auch noch keine Wende zu einer besseren Entwicklung hin erlebt. Wir haben aber auch keinen Einbruch in der Dynamik am Arbeitsmarkt erlebt. W&B 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 J. W&B